Das Leben der Männer Hallo Erfordert so einiges Ja, das ist ja jetzt dein Spaß Was bin ich drum? Vor allem viel Geduld Kommst du zahlen? Eddie ist im Barrick Wenn du denkst, du hast es geschafft, ist gerade ein Schulgeschäft in der Nähe Kausfallschieber Hagen Ich bin sie einfach beide Viele Männer, ein Schicksal Du musst ins Schulgeschäft, 100 Euro für eine Ausricht Ich würde ihm mal gerne etwas zeigen Männerhaut, die Free-TV-Premiere Heute um 20.15 Uhr in Sat.1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017